Impfen! Oder wie Schlagersänger Björn Banane sagt Mit mir nicht. Ich bin ein Mann. Ich bin männlich. Ich lass meine Familie nicht hinrichten. Die Köpfe der Verschwörungsschwurbler schieben seit Beginn der Pandemie Panik. Allen voran Typen wie Xavier Naidoo. Der hat gerade mit diversen Rechtsextremen und Verschwörungstypen ein Lied rausgebracht. Gegen die Corona-Impfung. Mensch, gemütliches Fahrrad. Denn wir alle wissen, zur Weltrevolution kommst du Mit dem Rad, mit dem Rad, Kamerad, mit dem Rad, Kamerad geht's hinaus. Und schon vor Monaten hat der Soul-Schwurbler in einem Interview mit Eva Herrmann gesagt Niemand wird sich impfen lassen. Da wird's Mord und Totschlag geben, bevor das passiert. Niemand wird sich impfen lassen. Tja, diese Prophezeiungen altern gerade ganz schlecht. Die Nerven liegen blank. Bei Björn Banane letztes Wochenende in Berlin. Die Schnauze voll! So die Schnauze voll! Die Schwurbler verzweifeln. Sogar ihr Häuptling Oliver Janich. Der sieht das mit den Impfungen so. Der Genozid ist in vollem Gang. Das ist die Kabale. Das ist das, was die Kabale will. Uns ausrotten. Tja, die Panikpropheten und ihre Anhänger bekommen die Realität um die Ohren gehauen. Wer fliegt gerade besonders schön auf die Schnauze? Welche Verschwörungsvorhersage entpuppt sich als die dümmste? Und warum bleiben die Schwurbler trotz Auflösungserscheinungen leider gefährlich? Das ist heute unsere Story. Die Impf-Offensive rollt. Der Sieg über Corona rückt näher. Und den Schwurbler dämmer, dass sie auf der Seite der Verlierer stehen könnten. Der Wendler fleht seine Fans an. Ich sehe natürlich auch mit erschrockenen Augen, wie viele sich im Moment in Deutschland impfen lassen. Macht das bitte nicht. Versucht so lange wie möglich zu widerstehen. Ja, sorry Wendler, die Mehrheit der Deutschen findet halt Impfen echt cool. Über 30 Millionen Menschen haben in Deutschland mittlerweile ihre erste Impfung gegen Corona bekommen. Zwangsläufig kommt das Thema so auch im Umfeld der Verschwörungsideologen an. Ich habe so viele Berichte bekommen von Leuten, die gesagt haben, meine Schwester hat sich geimpfen lassen, mein Bruder, mein Vater und so weiter. Alles Leute, die noch vor einem halben Jahr gesagt haben, auf gar keinen Fall, dass sie mich impfen. Leute, die schon seit zehn Jahren in der Wahrheitsbewegung sind. Die Verschwörungsszene wackelt. Und das ist schon sehr unterhaltsam. Doch der kleiner werdende Teil der Schwurbler wird dafür immer gefährlicher. Aber fangen wir an mit den dümmsten Verschwörungsvorhersagen der letzten Monate. Los geht's mit dem Märchen vom Genozid. Was haben die Schwurbler nicht alles prophezeit beim Thema Impfen? Fragen wir doch mal Attila Hildmann. Was wir hier erleben ist ein Völkermord, ein Genspritzengenozid. Oh ja, das war unser persönlicher Platz eins in unseren Charts. Aber keine Sorge, millionenfacher Mord mit Impfspritzen, das lassen die Leute nicht mit sich machen. Hat einer von Hildmanns Kumpels versprochen. Xavier Naidoo auf einem der vielen Schwurblerkanäle. Was nicht gehen wird, ist, dass man sieben Milliarden Menschen gegen ihren Willen impft. Das wird niemals passieren. Die haben eigentlich schon verloren. Der Plan ist aufgeflogen. Es ist verloren. Das hat Naidoo im Mai 2020 gesagt. Also vor über einem Jahr. Und da hatte er ganz große und konkrete Hoffnungen. Ich glaube, das ist jetzt bald vorbei. Das sind die letzten Atemzüge, die die BRD da tut. Tja, Xavier aus Mannheim hat auf das Ende der BRD gewettet. Aber die Angst muss immer hoch bleiben. Und da kommt wieder Hirse Hitler Hildmann ins Spiel. Er erklärt, was passiert, wenn der große Aufstand kommt. Sie wollen Europa und Deutschland so massiv schwächen auf allen Ebenen, dass hier bürgerkriegsähnliche Zustände ausbrechen, dass die Menschen in bitterer Armut und Not leben, damit die chinesische Armee in Europa einfallen kann. Also bitte. Wer bürgerkriegsähnliche Zustände in Deutschland will, der muss einfach nen Fake Thermomix bei Aldi anbieten. Und der Schwachsinn hört einfach nicht auf. Also, er sagt hier, erst nimmt uns die Regierung die Grundrechte weg, um uns zur Impfung zu treiben. Mit der sollen wir dann alle umgebracht werden. Wenn wir uns gegen diesen Genozid dann aber wehren, kommen auch noch die Chinesen und übernehmen den ganzen Laden. Und... Ich warte immer noch drauf. Wo ist denn jetzt dieser Bürgerkrieg? Wo ist denn dieser scheiß Bürgerkrieg? Ich brauch nen Vorwand, um Jonas zu erschießen. Er stellt immer so scheiß Essen in den Kühlschrank. Das war schon mal nix. Aber... Was ist mit den Mikrochips im Impfstoff? Es war ne richtig schön gruselig schwurbelige Vorhersage. Wir sollen alle von der Regierung versklavt werden. Mit einem Mikrochip. Den bekommt jeder mit der Corona-Impfung gespritzt. Auch da wurde Xavier ganz konkret. Den wunderschönen Chip, der uns schon aus der Offenbarung bekannt gemacht wurde, in die Haut einzusetzen. Da wurde man ja jahrelang für als Verschwörungstheoretiker verschrien und ausgelacht. Und jetzt ist es ganz normal. Ja, lieber Xavier, alles nicht eingetreten. Und wegen deiner Chip-Theorie sind jetzt hier vier Leute aus dem Team im Studio, plus Leo, die dich verschreien und verlachen. Musikalisch auf Querdenker-Niveau. Aber das sind ja nicht einfach irgendwelche Chips. Mit denen sollen wir alle fremdgesteuert werden. Hildmann weiß da mehr. Wer glaubt eigentlich wirklich, dass die Impfung in ein paar Monaten zusammengeschustert wurde und nicht wirklich über mindestens zehn Jahre entwickelt wurde für die NWO? Nanobots? 5G? Und jetzt sind die Chips wirklich da. Das sollen auf jeden Fall viele Videos zeigen. Die werden massenhaft von Naidoo, Hildmann und so weiter geteilt. Die Story ist immer die gleiche. Jemand hat gerade eine Impfung bekommen und dann passiert das Unglaubliche mit einem Magneten. Covid-Jab number two. What the actual fuck? Mit einem Mikrochip im Arm bleibt der Magnet hängen. Nur die Reaktionen fallen anders aus als erwartet. Wir haben hier einen Magneten. Also das da ist das Magnet. Und jetzt seht, was seit meiner Impfung passiert ist. Schreibt's in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und seid ehrlich. Tja, also nur Kleber und keine magnetische Wirkung. Den Trick der Schwurbler hat der Kriminalbiologe Mark Bennecke schon vor ein paar Jahren beschrieben. In einem Erklärbuch für Kinder. Immer dann, wenn es schräg, schwabbelig, ein bisschen klebrig und feucht ist, dann haftet egal welcher Gegenstand an euch. Wer hat davon mal gehört? Wahrscheinlich keiner. Ha! Tja, und irgendwie hält sich die Impfpanik bei den allermeisten Grenzen. Und auch was 5G in der Impfung betrifft, scheitern die Schwurbler. Stattdessen auch hier nur Häme. Entschuldigung. Ich habe dich leider nicht verstanden. Billiontech macht das Licht an. Geht auf ein paar andere Schwierigkeiten. Scheiß 5G. Die ganz großen Verschwörungstheorien um Genozid oder Mikrochips verfehlen also zunehmend ihr eigentliches Ziel. Die schüren keine Angst, sondern Häme. Was machen die Schwurbler jetzt? Äh, sie sehen ihre Fehler ein, lassen sich impfen und werden wieder ein funktionierender Teil der Gesellschaft? Hm, ja, pssst. Aber sehen sie dann auch in der ARD-Mediathek dem Walulis seine Woche? Bestimmt. So, testen. Nun, die andere Möglichkeit. Die Verschwörungstheorien weiterentwickeln und an die neuen Gegebenheiten anpassen. Jetzt heißt es zum Beispiel. Geimpfte sind ansteckend. Das ist die jüngste Warnung aus der Schwurbler-Ecke. Mit was genau Geimpfte ansteckend sein sollen, bleibt oft unklar. Aber das Ziel ist ja eh erstmal Verunsicherung. Na? Schon geimpft? Dann bleibt bloß weg. Wer weiß, was sie dir gespritzt haben. Die schreiben das normalerweise immer in den Impfpass. Das ist so ein Reklamheft der Abwehrkräfte. Auch die beliebteste weibliche Schwurblerin aus Deutschland, die jetzt in Kanada lebt, springt drauf auf. Eva Herrmann, hier zu sehen laut Ehemann als ganz fesches Kätzchen. Die war mal Tagesschau-Sprecherin. Dann aber fand sie eine andere Idee besser. Rechten Verschwörungskram verbreiten. Zum Beispiel. Menschen werden erst durch die Impfung überhaupt zu einer Gefahr für andere. Durch die Herleitung der Impfstoffe von Viren selbst werden Geimpfte plötzlich zu Überträgern. Sagt Professor Bhakti über die Auswirkungen der Impfung. Deshalb sagen Fachleute auch. Mit mir nicht. Ich bin ein Mann. Ich bin männlich. Okay, immerhin zitiert Eva Herrmann hier einen Professor. Kurze Zeit später ruft dieser Professor Bhakti dann aber bei Herrmann an und lässt über sie dann das verlauten. Richtigstellung. Diese Aussage, dass Geimpfte infektiös sind für andere, stammt nicht von mir. Und ich habe klargestellt, dass ich davon Abstand halte, weil mir keine wissenschaftlichen Daten bekannt sind, welche diese These unterstützen würden. Jetzt fact checken sich die Schwurbler ja schon gegenseitig. Das ist ja grenzgenial. In Teilen der Szene bleibt die Angst vor einer möglichen Ansteckung aber dennoch. Und führt dann sogar so weit. Maskenverweigerer wollen anfangen, Masken zu tragen, um sich vor Geimpften zu schützen. Die haben jetzt also ihre Schwurbeleien so lange an neue Umstände angepasst, dass sie jetzt ungewollt wieder auf unserer Seite sind und sich an Hygieneregeln halten? Ist das nun wirklich ein Fortschritt? Ja! Ja! Also, wenn sich die Schwurbelszene jetzt immer mehr verzettelt und ihre Anhänger verliert, dann stellt sich doch die Frage, sind die Schwurbler jetzt am Ende? Was sagen denn Leute dazu, die sich täglich damit beschäftigen? Wie Michael Blume, der ist Wissenschaftler und Antisemitismusbeauftragter Baden-Württembergs. Verschwörungstheorien sind eine seiner Schwerpunkte. Die Verschwörungsbewegungen sind erst einmal besiegt. Bei Verschwörungsideologien wie QAnon und den sogenannten Querdenkern sind wir inzwischen in einem Stadium des Verfalls angekommen. Juhu, Buddy! Trink mal nur eine Flasche, trink mal nur eine Flasche! Aber natürlich musste unser Redakteur noch persönlich bei genau diesem Verschwörungsexperten nachfragen. Wegen Journalismus und so. Eine Verschwörungsbewegung ist leider dann am gefährlichsten, wenn sie geradezu fällt. Also, doch keine Party. Denn die Schwurbler sind ausgerechnet jetzt so gefährlich wie nie. Michael Blume erklärt das so. Stellen Sie sich vor, Sie haben Monate Ihre Zeit. Sie haben viel Geld rein investiert, haben Beziehungen, Freundschaften an die Wand gefahren. Und dann soll plötzlich alles falsch gewesen sein? Klingt für mich wie ein normales World of Warcraft-Abo. Wenn du also ehrlich geglaubt hast, ein Impfgenozid kommt und jetzt siehst du, er kommt doch nicht, das klingt belastend. Oder, wie Blume sagt, Die Leute erleiden richtig Schmerzen und in der Phase müssen sie sich entscheiden, werde ich wieder vernünftig oder setze ich noch einen drauf. Und das ist dann genau die Phase, wo die Leute am gefährlichsten sind. Was machen die jetzt ohne Corona-Diktatur und China-Invasion? Nun, die suchen sich das nächste Thema. Oder gleich alle Themen auf einmal. Baerbock ist keine Grüne. Sie ist eine grün-lackierte Kommunistin, soll Kanzlerin werden und dir dann die dritte Spritze verpassen. Krieg gegen Russland beginnen. Und Klima-Lockdown ausrufen. Meine Fresse! Also diesmal ist das die Bedrohung? Genossin Anna-Lenin-Berja-Bock. Was meint ihr? Sind wir die Mehrheit der Schurbler bald los? Machen dir auch noch in Zukunft Ärger? Oder setzt ihr den Aluhut auf und sagt nur Die Schnauze voll! Und wer auch noch so richtig die Schnauze voll hat? Die Macher dieses Protestvideos gegen einen angeblichen Impfzwang für Kinder. Gruselig! Noch gruseliger nur der ESC, der wieder mal eine Blamage für Deutschland war. Germany Has received from the public Zero Points Oh! Ja, das alles und noch mehr Medienwahnsinn aus den vergangenen Tagen gibt es jetzt für euch. Schön zusammengepackt, lustig garniert. In einer neuen Folge von Walulis Woche. In der sehr, sehr guten ARD Mediathek. Die hier über dem Grundgesetz steht. Denn so muss es sein. Hier oben klicken. Auf das Grundgesetz. Oder ihr klickt auf den Link unten in der Videobeschreibung. Tja. Und jetzt entschuldigt mich, ich muss meinen Impfausweis Fälscher im Stadtpark erwischen. Jetzt habe ich aber die Schnauze voll. Was haben Sie mir denn da gespritzt? Eine Dosis Valuzeneca Tech. Abonniert ihre Abwehrkräfte und drückt auf die Glockendrüse. Und das ist magnetisch oder wie? Nee, nur klebrig. Okay, und den Walulis habe ich jetzt abonniert und die Glocke gedrückt? Tja. Okay, danke.